Was ist denn? Was ist denn? Komm ab! Hey! Komm! Schör ab! Geht raus! Nein! Du blöde Ball! Und auch noch gemessert! Let's get ready to rumble, Gamefighters! Und auf in eine neue Runde! Jetzt müssen wir angreifen und ihr verteidigen! Willkommen verrückt! Und ich lach mich am Arsch wenn ich als erstes dich töte! Das war sich zu verhindern! Na gut! Ja, wenn die da verreinst, dann müsste das doch wohl so sein! Ja, oh, ich stehe schon direkt unter Geschuss! Boah, das geht nie so ab, Alter! Ja! Schau mal mal! Ja, weißt du wer die Bombe zuerst gelegt hat? Du, was? Ja! Was erwartest du von mir? Genau! Ja! Ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen soll! Leute, geh doch direkt auf A! Wir können sowieso nichts! Hallo! Hallo! Ja, du natürlich! Aber dein Team nicht! Bitte, ich bitte um Verständnis, ja! Boah, ist der Glück auch! Gut! Boah! Ich bin ja wieder von da oben, ne? Fuck! Ach stimmt, ich hab ja jetzt einen Frontgriff freigeschaltet! Ich könnte den ja eigentlich mal montieren, ne? Ich bin jetzt gleich eh tot! Kannst du nicht nach einem schreien? Haltet euch, Mann! Ja doch, ja! Kommt ja keiner her! Boah! 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 Der Piggy Aber so ist das Leben, ne? Oh, nein, nein! Mit dem Little Bird! Ich pack's nicht! So, erstes Ziel down! Ich bin nicht noch weiter da Erstes Ziel down! Juhu! Gib je je, Schweinebacke! Und B wird geleakt, B ist geleakt! Ich gehe jetzt rein, auch wenn ich Sniper bin, ich gehe da rein Da sind alle DARK Boah! Boah! Du Dreckler! Aha! Doch nicht! Ist tot! Nein, doch nicht! Scheiße! Leute! Los, zerlegt den! Ich will ihn sterben sehen! Hallo! Ja, nicht dich! Diesen Kult-Fox! Dich lass ich natürlich lieben! Bist doch mein Bester! Sag mal deinen Sniper, die sollen wir ausführen, mich hier zu beschießen? Boah! Wenn ich zu Wort komme! Boah! Bewego! Bewego! Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Verteidiger spiele, ich kann das einfach nicht! Ich weiß nicht warum, aber es geht nicht! Scheiße! Jetzt wurde ich weggesnippt! Snipp-Snipp! Ja, aber nicht von dir! Boah! Ich gehe nicht mit Faxen, ey! Jan! Erste Hilfe, Mann! Schnapp sie mir! Ein feindlicher Jeep wurde in eurem Einsatzgebiet gesichtet. Seid vorsichtig. Boah! Ach nee, Leute, kann doch nicht. Ach nee, Leute. Oh, oh, oh. Scheiße, Double Kill. Kultfox hat mich und ich hab Kultfox. Haben ihn meine Projektile doch noch durchlöchert. Das ist so nicht viel Fissern. Ey, das war glatter Kopftrabe. Ich wollte gerade schon sagen. Nein. So, die Ziele sind auch alle down. Voll am Losen hier, ich will nicht mehr. Kann ich hier auch mal über dem Zaun? Los, Jungs, ihr müsst in Bewegung bleiben. Hey, damit kommst du wieder auf die Balle. Das war die Ziele. Was ist das? Absurd Wifel, Rippen! Ach ja... Eine schöne Runde, wenn du mich fragst. Ja, völlig schön, ich nicht. Achtung, die Lärmung wurde gesetzt! Ich brauche mehr Munition! Boah, Junge, drei Stück! Euch alle, Junge! Das Ding geht hoch, und da kommt der Nächste! Und da ist auch wieder der Nächste! Und nein, ich bin tot! Von hinten! Ich hab's noch gesehen! Halt mit euch leider! Ich gebrauche dich hier noch! Ich glaube, fünf von euch gekillt, Alter! Kass! Was ist das? Einem verkackten Magazin, oder? Immer mal! Ja, ich hab's noch gesehen! Junge, ihr seid doch unnormal! Achtung, das Eintrachtziel mal neutralisiert! Aufmerk! Findest du? Ja! ja aber hast recht, du rocken und wie grad derbe ja, das tut ihr, aber sowas von und ich bin auf Platz 1 der Liste oha, soll ich schon mal was heißen, ne? ja, ich glaub das ist heute genau mein Tag glaub's auch nix da, nix da scheiße, aber ich hab noch einen anderen von euch mitgenommen nein, 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 nein nein, hohoho untergeleide scheiße ich hab die zweitmeisten Kills, ey und ich bin vierter ganze Liste ach, B ist schon wieder down ja, oh, alter, woher sieht der mich denn, der Affe? und mit äußerster Vorsicht weiter vor over ja 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 Barmörder Parkenpooper Achtung, fahrt wieder hierher! Kommt schon, wir müssen hier zweitart! Feindliche Snipergericht ist in Ordnung. Errückt mit äußerst davor die Sniperfauer ausrufen. Boah, von da hinten, der Wege. Da ist ein Schild. Oh Scheiße. War auch klar, wenn ich so durchwasche, dass ich draufgehe. Boah tschüss. Wo stehe ich denn unter Beschuss? Kannst du einer sagen? Weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass du unter Beschuss stehst. Warte, warte, warte. Ich schalte diesen Basterd jetzt aus! Nimm das Medikin! Ich sch Nico! Nein! Du blöde Sau! Und auch noch gebessert. Ja, ich hab das zu hier gelegt. Ich wollte Waffen bis sie da hinkommen. Oh nein. Alter, wo hängt der Typ denn hier? Oh, will die explodiert. Fertig. Dein Team hat gewonnen. Zweiter bin ich mit 16 zu 8. Wie viel davon war echt 3, ne? Ich kriegst sie gleich zurück, Junge. Ich kriegst sie gleich alle Luft zurück. Und ich hab dich gemessert. Also mein Tagespensum ist erfüllt für heute. Ja, ich hoffe es doch. ... Ach, herrlich. Freust du dich, ne? Dann freust du dich wieder. Ein wenig. Je nachdem wer disconnectet, kannst du ja mal versuchen, gleich ins andere Team zu wechseln. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Game Fighters